Terroristen gewinnen Grenade aus Roger that boss Ach der ist von uns hier, ich dachte schon, ey Du kriegst schon hier Krämpfe, ey Wie weißt du, dass der Dayton hockt? Ah, jetzt hat er einen E mit Nate Die Nate, Nate war gut Ah, hab ich die erwischt, Junge Nicht mal mit AWP kannst du was Kanabe Hilfen wir euch Jawoll Erstmal schön hier überlebt So muss das sein, ey Und noch Kills gemacht Irgendwann komm ich schon in das Spiel rein, Freunde Ich sag wie das 6-4 Joa läuft 7er Ping Kann keiner sagen Halt schon du leckst, hör mal richtig Ich heiße ja hier Handbuch Handbuch du leckst Aber wie kann Und dann sag ich Fick die, Alde Piss die, Alde Nerv nicht Wisse Ist ja der absichtlich ins Feuer gerannt Oder ist er wirklich so grenzsibil Fick die, Alde Deploying Flashback Halt Friss, Junge Scheiße Jaha Da gibt er mir wieder mit so einer scheiß SSG in Header Ja Ja Ist klar Junge Komm mal erstmal auf den Boden der Tatsachen hier wieder zurück Bevor du überhaupt mit Bevor du dich überhaupt traust Mit mir zu reden Ja Das geht ja gar nicht klar hier, Freunde So nicht Gedisst, Junge Aber die P90 ist auch geil Ich glaub wir machen gleich mal eine P90 Runde auf kurz Ich habe Augen auf dem Feind Ich bin schon richtig geil, ey Ich bin schon richtig geil, ey P90 geht hier richtig ab Aber wobei, auf Office geht hier mehr ab als auf das Muss man ja ehrlich sagen Weil hier ist alles so kurz Ach, äh, so lang gezogen Na lang Und hier der Bombenplatz B Und was wirft der denn da alle hin? Hat der überhaupt nen Plan vor dem Leben oder was? Ich habe Augen auf dem Feind Tch! Da nimmt der die AWP nicht mit Die Tatsachen sind ruhig Geht es raus Eieiei, Freunde Ob das was wird hier? Blieb so ist am Start Aber doch Und sogar die meisten Eliminierungen hat er geholt Er tötete zwei verschiedene Bombenträger Lauf bei dir! So, erstmal hier Jetzt wird eingekauft So will ich das hier nicht sehen So Jetzt geht's los, Freunde P90 am Start Dann haben wir noch Kevlar Helm am Start Alles am Start Diffuser geht jetzt am Start Wir haben alles am Start Und jetzt gehen wir Mütter bangen Nein, Spaß von jetzt Jetzt geht's hier mal ein bisschen los Wobei, hier sollten wir vielleicht nicht stehen Ich glaub, noch nen Schritt und ich fall runter Smoke Bis klar Hör mal, da glaubt er doch selber nicht Hier, äh Gewöhnt mit seiner schwulen AK gegen ne Gegen den Nahkampf Äh, MG hier Also nicht MG, sondern ihr wisst, was ich meine, ne Boah Glaubt ihr doch selber nicht, ey Heute ist auch nicht mein, äh Mein CS-Tag, ey Irgendwie ist gar nicht mehr mein CS-Tag Letztens hab ich da richtig aktiv gespielt, gab ja mal so ne Zeit Richtig aktiv gesucht, der mit Benni, ey Da ging das dann auch, aber mittlerweile Sterb ich ja hier mehr, als dass ich irgendwie Am Start bin, Freunde Das kann's ja nicht sein Das sag ich auch ganz ehrlich Das kann's ja nicht sein Der schießt auch einfach nur aufs Verdacht, ne Er hat mir sogar noch ein Assist mit abgestaubt Ja, ihr habt den auch bis zu 8% Oder 15% runtergehauen, da kann man wohl noch ein Assist verlangen Da, schießt doch Was machst du, was macht der jetzt? Da, schießt Boah, Freunde, er kriegt ja einen Herzinfarkt hier Was macht der denn jetzt? Da Single-Shot, wo ich grad sage, ey Er wird doch jetzt nicht voll draufballern Ja, wohl wenigstens noch Win Gold Okay, jetzt siehst du aber langsam mit dem Geld Oh, doch, oh, doch, wir haben natürlich richtig Geld, Freunde Richtig Geld Holen wir auch mal Vollausrüstung hier Und gehen, äh, lang Gucken mal, ob wir da vielleicht mehr Glück haben Häh, seit wann fliegt die nur noch so kurz Oh, jetzt erstmal wieder Team Flash hier Scheiße, und ich geh auch noch hin, ey Ich geh auch noch hin Oh, ich wusste, ich wusste doch, dass er hier so eine Scheiß-Snipe hat, ey Oh, nee, und ich lauf auch noch voll rein Anstatt ich mich einfach zurückziehe Oh, und ich sterb wieder als erstes, ey Oh, Freunde, wenn ihr das sehen könnt, ey Ich guck schon gar nicht mehr auf dem Bildschirm Ich halt mir meine Augen schon zu mit meinen Händen Deswegen kriegt die Stimme gerade Ich bin schon auch so scheiße Nee, oh, kann's doch gar nicht sein Ey, in welcher Welt leben wir eigentlich Wünscht ihr was, oder was? Lol Ja, wieder ein Komiker hier am Start Bomb has been planted Oh, mein Gott, ich treffe ihn nicht Smiley Da, schieß, schieß Lolololololololololololololololololî Sehr blind? Du triffst gar nichts Das ist korrekt So, Freunde Bereit zu kämpfen ich denke mal kann man mal den ein oder anderen euro noch hier investieren beziehungsweise nicht euro sondern ihr wisst bescheid was ich meine bildskling hast du mal vicon gespielt das ist da dachtest du du könntest was ausrichten dachtest du falsch gedacht junge falsch gedacht vielleicht auch ein bisschen hier den eingang da bewachen auf mittel aber überall ob es gibt da oder lag die das schon die lag das schon immer glaube ich nicht einfach nur anfälle scheiße da freunde mit diesem fuhl wie tat rein verabschieden mich für diese aufnahme ich würde mich freuen wenn er nächster aufnahme wieder dabei sein wenn es wieder heißt let's play cornerstrike klar bis dahin macht's gut Leute haut rein